einen wundervollen guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zum iso coin update in diesem monat ja wir werden uns mal anschauen was unsere sogenannte oder von uns so genannten iso coins zu machen wir werden uns mal anschauen was bei hedera abgeht bei quant bei xrp xlm algorand xdc haben irgendwen vergessen ajo da gucken wir uns auch noch an und das spannendste heute dieses video wird auch bei youtube geteilt so dass viele leute die vielleicht noch gar nicht wissen was hier bei patreon erwartet auch mal dieses format kennenlernen ich glaube es gibt viele da draußen die relativ interessiert sind an diesen projekten aber selbst nicht die lust haben jetzt immer tief zu graben und zu gucken was also die neuesten stände sind hier bei patreon hast du die möglichkeit jeden monat ein schönes update zu bekommen wir haben das mittlerweile richtig eingebürgert dass hier jeden monat mindestens ein iso coin update stattfindet und ich freue mich euch heute zu zeigen was bei unseren lieblingsprojekten so passiert ist es gibt einige projekte wie zum beispiel hedera wo nicht ganz so viel news technisch passiert dass andere wiederum haben sehr spannende neuigkeiten so werden wir zum beispiel auch über gary gensler sprechen der heute vom untersuchungsausschuss reden muss also sehr sehr spannend doch starten wir direkt mal rein also wie schon angekündigt bei hedera gibt es nicht allzu viel deshalb fangen wir damit auch gleich mal an auf ihrer homepage finden wir keine neuigkeiten seit februar 2023 es gibt aber immer mal wieder neuigkeiten bei twitter hier gibt es eine die vielleicht ganz interessant ist für kunstliebhaber unter euch und zwar findet ab morgen den 19 und am donnerstag den 20 um 20 uhr jeweils eine auktion starte mit gewissen kunstwerken das ganze läuft über hedera und wird auch dementsprechend von hedera gesponsert und ja man kann da eben mitmachen und es wird gleichzeitig auch was für die umwelt getan am sogenannten earth day jeder dollar pflanzt ein baum also von daher falls ihr interesse habt euch das anzuschauen könnt ihr hier bei sentiment auf dem laufenden bleiben haben sehr viel werbung gemacht für das ganze und ich finde das auf jeden fall eine sehr sehr coole nummer sehr interessant und wenn ihr euch generell mehr dafür interessiert welche anwendungen auf h bar laufen oder auf hedera dann könnt ihr hier mal schauen die momentan beliebteste anwendung ist saucer swap also vor allem wird das ganze noch genutzt zum swappen noch nicht so viele anwendungen im sinne von spielen oder ähnlichem das wird wohl alles stück für stück kommen wir wissen ja dass einiges in den startlöchern hier seht ihr hedera sentiment oder sentent ist auf platz 13 also einer der gefragten marktplätze auf der plattform ich denke aber da kommt noch einiges mehr und wir werden das im auge behalten dann sprechen wir mal bei quant quant gibt ja generell sehr selten mal news von sich ich habe lediglich diese neuigkeit gefunden die nicht ganz so positiv ist ihr habt ihr hattet mir geschrieben alex was ist denn bei quant passiert wieso gab es denn da so ein dump ich wusste offen gesagt nicht genau was der hintergrund war habe mich da mal reingelesen und höchstwahrscheinlich war dieser bitrue hack der grund dafür denn bitrack führt über sieben prozent q&t dump in vier stunden oder führt zu sieben prozent q&t dump in vier stunden das bitrack-team hatte veröffentlicht dass sie ein exploit erlitten hat beziehungsweise einen angriff auf ihre hot wallet das ganze wohl hat dazu geführt das geld im wert von 23 millionen dollar gestohlen wurden und zwar in form von eta quant gala shiba ino hot und matic ja die funds sollen zurückgezahlt werden es soll also da keine probleme geben und es soll auch nur fünf prozent der gesamtmittel von bitrue erwischt haben trotzdem sehr ärgerlich und die bitrue hat dementsprechend bis heute die gesamten auszahlungen ausgesetzt also sind da sehr vorsichtig haben das ganze drei vier fünf mal gegen geprüft und ja jetzt soll wohl alles wieder funktionieren ich habe selber heute noch keine auszahlung dort probiert ihr könnt es ja mal ausprobieren ob es wieder läuft ja ansonsten sollen alle entschädigt werden also jeder soll das wieder bekommen was er verloren hat das zumindest mein letzter stand der dinge falls ihr da noch irgendwas zu wisst dann haut mal gerne in die tasten ansonsten ist das auf jeden fall so ein update was ich zu kann finden konnte dennoch ein update was wir letzten monat übersehen haben das wirklich noch mal nachreichen und zwar haben sie eine konnektivität zur everlaunch blockchain hergestellt über ihren overledger das ganze ist letzten monat passiert und diese version des overledgers dem weltweit ersten blockchain agnostischen api gateway umfasst c chain die wichtigste intelligente vertragskette von everlaunch und eröffnet kunden einen weiteren funktionsbereich smart contracts und programme auf einer block die die bedingungen einer vereinbarung oder eines vertrages ausführen und dabei helfen arbeitsabläufe zu automatisieren also wir merken dass immer mehr verbindungen das ganze vernetz sich immer weiter und das sind definitiv sehr positive aussichten momentan gibt es wirklich nicht besonders viel positives momentan zu quant und das zeigt auch der kurs wir sind aktuell ich blende es mir eben ein ich glaube so um die 112 dollar 113 dollar oder so ist vielleicht eine gute möglichkeit zum akkumulieren ich habe selbst meine position nicht weiter aufgestockt ihr erinnert euch vielleicht noch an mein video zu diesem ganzen adressenthema mit diesen kuriosen adressen ich bin seitdem ein bisschen vorsichtiger gewesen habe lieber andere projekte akkumuliert aber auch da ist jetzt nichts weiter negatives bei rausgekommen bis auf die vorwürfe die da immer noch im raum stehen und ein paar dement dies von quant sind wir da nicht schlauer ich denke aber mal das projekt hat noch einiges vor sich und man sollte sich auch von dem fad nicht allzu sehr verunsichern lassen wenn man es nämlich ganz genau nimmt hat glaube ich jedes crypto projekt irgendwie so eine kleine fischige seite ich denke auf jeden fall quant wird zeitnah wiederkommen und dann werden viele leute wieder sagen mensch hätte ich doch mal aber so richtig geil performen konnte quanti letzten wochen und monate nicht ja kommen wir zu algorand zum einen die erinnerung für all diejenigen die nicht nur staken wollen sondern am liebsten auch noch ein bisschen mehr rausholen wollen die können an der governance periode teilnehmen ist im prinzip das gleiche wie staking ihr gebt dort eure algos hin die werden dann für drei monate quasi einbehalten und dafür erhaltet ihr dann einmal die möglichkeit mit abstimmen zu können bei einer frage oder bei einer community abstimmung das ist das eine was ihr machen müsst oder machen könnt ich mache es immer mit weil ich glaube es auch ein bestandteil der rewards also stimmt ihr einmal ab danach wenn das gemacht habt im laufe dieser zeit gibt es dann irgendwann die rewards am ende der drei monate und dann habt ihr wieder die möglichkeit das ganze zu wiederholen wir sind aktuell in der neuen periode also falls noch nicht geschehen schaut euch das ganze unbedingt mal an noch habt ihr etwa drei tage zeit dafür und deshalb der kurze reminder ansonsten etwas negative neuigkeiten denn gary gansler der heute vor dem untersuchungsausschuss sprechen muss und vielleicht morgen schon gar nicht mehr da ist wer weiß hat trotzdem noch mal richtig ernst gemacht die letzten tage und zwar hat er gegen bitrex geschossen die börse hat eben unter anderem seiner meinung nach illegal wertpapiere ausgegeben ihr kennt die ganze geschichte und sechs wurden da namentlich genannt unter anderem auch algo also neben algorand monolith naga und iht real estate protocol hat da auch noch der schon omisigo als wertpapiere eingestuft die ausgegeben wurden von bitrex nun geht es natürlich in erster linie um die börse und um den ceo william shihara aber natürlich wird auch algo dementsprechend irgendwo angegriffen und das hat auch der kurs gezeigt es gab leichte einbrüche bei algo nur zwei prozent trotzdem der markt ist mittlerweile schon ein bisschen sensibilisiert auf dieses thema rund um diese ganzen vorwürfe security hin und her man kann schon teilweise nicht mehr hören trotzdem ist es auf jeden fall nicht wirklich positiv wenn da diese vorwürfe im raum stehen und zusätzlich sagte gary noch dazu die heutige aktion macht wieder einmal deutlich dass die kriptomärkte unter einem mangel an regulatorischer zusammenarbeit und nicht an einem mangel an regulatorischer klarheit leiden also er sagt im prinzip ist nicht das problem dass das regelwerk nicht vernünftig da wäre sondern dass die leute sich nicht daran halten naja wenn das so offensichtlich und einfach wäre würde glaube ich der ripple case nicht zwei oder über zwei jahre dauern bin sehr gespannt was bei gary heute bei dieser anhörung rauskommt und was ich sehr witzig finde crypto mason hat das ganze auch noch mal verlinkt ich habe es auch bei twitter das video falls ihr das sehen wollt da schwärmt er förmlich davon dass algorand entwickelt wurde von silvio micali einem touring preisträger des mit dem er zusammenarbeitet er hat eine großartige technologie entworfen sie hat leistungen man könnte sogar uber darauf aufbauen so hieß es noch vor ein paar monaten und jetzt sagt er das sei in security selbst aus den eigenen reihen bekommt er von hester piers die generell eher etwas pro crypto ausgerichtet ist sogar herbe kritik anstatt das versprechen der neuen technologie zu umarmen wie wir es in der vergangenheit getan haben schlagen wir hier vor die stagnation zum arm wir versuchen die zentralisierung zu erzwingen auf die ausbürgerung zu drängen und das aussterben der neuen technologie zu begrüßen also gary wirkt ziemlich allein gelassen mit seiner harschen arbeit gegen den kryptosektor und ich meine natürlich ist alles ein theaterstück irgendwo aber ich glaube es wäre schon nicht schlecht wenn da irgendwann vielleicht auch mal eine lösung herkommen würde anstatt dass ich da wirklich immer die lager so krass bekriegen unterm strich nicht so ganz genau weiß wie das ganze weitergeht also ich hoffe darauf dass der zeitnah mal ein bisschen bessere erkenntnisse kommen es gibt was geiles was ich entdeckt habe bei algorand und zwar das projekt lofty mehr wurde auch von algorand retweetet so kam ich überhaupt darauf und lofty ist die welt er oder der welt erste liquiditätspool für real estate also für gebäude für häuser für wohnungen und ihr könnt genau das machen wovon ich schon so lange sprechen nämlich diese tokenisierung von immobilien hier seht ihr übrigens noch mal die laufen über algorand sehr interessant und zwar könnt ihr jetzt beispiel es gibt auch noch viele weitere mobilien euch da einkaufen in diese wohnung jetzt da steht die adresse in miami beach und ihr könnt direkt an den mieteinnahmen partizipieren es gibt noch viele viele weitere mobilien und genau so stelle ich mir das vor also man ist in der lage eben durch seinen kauf der token also durch anteile dieser immobilie eben an den mieteinnahmen zu partizipieren und dadurch unterm strich eine schöne rendite einzufahren wir sind natürlich noch in den kinderschuhen das gibt natürlich sicherlich auch bei lofty noch nicht so den traffic den man bräuchte um das ganze wirklich riesengroß aufzuziehen aber wir sehen das ganze nimmt ordentlich vormann es gibt auch schon viele immobilien wo man investieren kann ihr seht es lebt und lebt und lebt man kann hier ganz ganz viele immobilien allerdings noch nur in den usa bestimmt wird da auch mal zeitnah was kommen anderen ländern aber man sieht auf jeden fall das ganze nimmt langsam gestalt an und ich sage nach wie vor lasst uns weiterhin mit diesem thema tokenisierung beschäftigen denn ich glaube das könnte ein richtig richtig großes thema werden zu stella beziehungsweise xlm gibt es auch nicht wirklich viele neue news viele dieser projekte sind doch sehr wenig medial präsent halten sich sehr zurück mit neuigkeiten und hier geht es eigentlich nur darum dass der marktanteil von xlm immer weiter schrumpft ja der kurs sagt das zwar nicht aber der marktanteil sei wohl extrem eingebrochen oder deutlich weniger marktanteile aufgrund von konkurrenten während ripple mit odl ja immer weiter ausbaut und das ganze auch präsentiert und überall präsent ist ist stella beziehungsweise xlm so ein bisschen in den hintergrund gerückt und dementsprechend ja sagen sie hier dass kooperationen die für wachstum und akzeptanz der stella netzwerks entscheidend sind bislang fehlen es gibt eben keine strategischen allianzen und ähnliches und das kann ich nur bestätigen also wenn man so viele wochen und monate kaum wirklich nennenswerte neuigkeiten findet zu stella kann das nur zwei gründe haben entweder die wollen einfach nicht dass ihre ganzen neuen fortschritte bekannt gegeben werden oder aber es gibt nicht wirklich viele neue fortschritte beides finde ich persönlich nicht besonders gut gerade wenn man eine große community aufbauen will naja wenn ihr noch was finden sollte zu stella haut mal gerne raus ansonsten habe ich hier auch auf dem twitter account nichts weiter finden können es gibt es immer mal wieder ein paar retweets aber ansonsten habe ich jetzt nichts wirklich interessantes finden können kommt es zu ripple ripple hat ein schönes update rippellösung money tab einsatz bei drei japanischen banken japan ja nach wie vor so der vorreiter was xrp anwendungen betrifft und vor allem sbi holdings ja übrigens auch einer der größten investoren von ripple beziehungsweise einer der ersten die sich damals xrp geholt haben in den ersten finanzierungsrunden die haben natürlich großes interesse daran dass xrp richtig gas gibt dementsprechend diese neuigkeit sehr positiv das zahlungssystem money tab das auf ripple basiert wächst in japan weiter mehrere lokale banken bieten den kunden nun zugang zu dieser anwendung an sbi remit der auf überweisungen spezialisierte zweck des japanischen finanzdienstleistung konzerns sbi holdings unterstützt die mobile anwendung money tab nun bei drei lokalen banken und da stehen sie noch mal und das ganze wurde am 17 april mitgeteilt es gibt also eine app auf dieser app soll es dann auch möglich sein identitätsprüfung durchzuführen und eine biometrische authentifizierung das einzige was ihr fehlt ist noch mal der direkte zusammenhang zu xrp was wir aber wissen das steht ja auch noch mal im artikel dass die sbi schon lange gesagt hat dass egal was da für rechtliche probleme laufen wir weiterhin an xrp festhalten und weiter eben auch die vorteilsprogramme trotz der rechtlichen probleme weiter anbieten werden und gleichzeitig sagte auch der ceo von der sbi remit kitau das in vier in einigen jahren ich glaube bis 2025 überall xrp anwendung finden wird in japan auf jeden fall sehr bullisch aber auch das hat den kurs kalt gelassen weil wie so oft einmal nur über ripple gesprochen wird und nicht über xrp aber auch das wird sich sicherlich noch ändern ja das thema online identifizierung oder biometrische authentifizierung wird wahrscheinlich immer größeres thema und da fiel mir noch mal ein das thema was ich auch im letzten wochenreport angesprochen habe viele von euch haben sicher auch diesen name service hier gesichert da wollte ich euch noch mal kurz erklären wie das ganze funktioniert beziehungsweise was das unterm strich für euch eigentlich bedeutet das ganze könnt ihr indem ihr euch diese sum app runterladet einfach verbinden dann könnt ihr euch da eben auf dieser seite apps.xrpns.com war das glaube ich sonst verlinke ich die auch gerne mal wieder einfach euch domains sichern könnt ihr gucken ob die noch da sind könnt ihr euch dann kaufen 5xrp ab fünf zeichen glaube ich also alles unter fünf zeichen wird ein bisschen teurer wenn ihr also eine adresse mit vier zeichen nehmen wollt ist sie teurer als eine mit fünf oder sechs zeichen ungefähr fünf xrp kostet eine und was kann man jetzt damit machen zum einen habt ihr damit eine domain also ihr könnt ihr tatsächlich eine internetseite aufbauen auf der meinetwegen michaelmüller.xrp das würde also gehen da könnte er eben seine homepage darauf aufbauen aber es gibt noch eine zweite funktionalität und das ist eigentlich das viel interessantere nur das ist noch nicht so spruchreif und zwar dass man auch an dieser adresse eine xrp zahlung tätigen kann nehmen wir also an ihr habt ihr ich habe zum beispiel alex gold.xrp wenn ihr also alex gold.xrp in eure wallet adresse eingeht dann könntet ihr mir damit direkt xrp senden ohne dass sie die gesamte id kennt ja sehr sehr cool aber auch interessant war jetzt nicht jeder direkt die public key einsehen kann also ist glaube ich ziemlich interessant da gibt es aber einen sehr wichtigen punkt den ich heute unbedingt ansprechen wollte und zwar gibt es nicht nur xrpns also nicht nur den xrp name service sondern noch eine zweite und zwar xrp domains punkt xyz die hängen glaube ich irgendwie hintenrum mit xinfin zusammen auf jeden fall gibt es jetzt hier gerade so ein bisschen juristische problematiken zwischen den beiden denn es kann nur einer von beiden später quasi als offizieller zahlungsdienst quasi gewählt werden ja also dass man wirklich an die domains sind eben die xrp senden kann und das ist jetzt eben noch die frage wer von beiden wird sich unterm strich durchsetzen dieser service ist meines wissens nach ein bisschen teurer dafür mietet man da nicht nur für ein jahr die domain sondern für einen längeren zeitraum unterm strich tun die sich also beide nicht viel aber dass ein gericht wird wahrscheinlich jetzt prüfen wer von beiden den zuspruch bekommt ripple hat meines wissens standes gesagt macht das unter euch aus wie akzeptieren diesen anbieter den die community will ich persönlich setze auf diesen xrp name service spricht mich einfach mehr an ansonsten habe ich keinen wirklichen grund warum ich die jetzt besser oder schlechter finde ich mein domain ist am ende domain aber unterm strich muss man halt abwarten das heißt ihr könnt natürlich gefahr laufen dass ihr euch jetzt eure ganzen xrp domains gesichert so wie ich ich habe zum beispiel nur bei xrp name service meine ganzen domains gesichert und das sind wirklich nicht wenige wenn es am ende aber dazu kommt dass der andere anbieter gewählt wird ja dann hat man auf jeden fall ein problem und das wäre natürlich extrem schade das wollte ich nur mal kurz zusammenfassen weil da die frage kam in wie weit man die überhaupt nutzen kann ja wie das ganze umgesetzt wird in der praxis kann ich euch nicht genau sagen mit den domains weil ich selber noch nicht probiert habe aber ich denke auch da wird es zeitnah mal eine erklärung von mir zu geben und da werde ich euch auf neuesten stand halten dann wir sprechen noch mal kurz über diesen unicoin einige schrieben in die kommentare dass es gern ganz so gern ist es nicht denn nach wie vor ist es tatsächlich eine offizielle pressemitteilung der dcma ja aber es ist so dass der ewf der ja angeblich auch ein teil davon sein soll das ganze jetzt komplett bestritten hat und gesagt hat nein das ist so nicht wahr der ewf ist nicht an dcma oder unicoin beteiligt die ursprüngliche pressemitteilung bestätigt dass der ewf die universal monetary unit nicht offiziell unterstützt hat vielmehr hieß es der ewf habe lediglich das whitepaper des projekts geprüft und bestimmte projekt details nicht beanstandet die verwirrung um die verbindung zum ewf scheint darauf zurückzuführen zu sein dass die dcma die einführung von unicoin während der frühjahrstagung des ewf angekündigt hat diese verbindung veranlasste verschiedene quellen zur annahme dass der ewf direkt an der schaffung des vermögenswert beteiligt wäre und das ist auf jeden fall nicht so also sehr positive neuigkeiten für uns es ist also nicht ganz so groß das ding wie man zunächst glaubt und ob es überhaupt relevant wird wird man sehen es gab ja in der vergangenheit schon einige panikmachereien bezüglich irgendwelcher projekte die xrp unnötig machen bzw ripple einfach vom markt verdrängt werden ich sehe das ganze halt eher als fad oder als nachrichten die uns nur verunsichern sollen aber eigentlich nicht wirklich fundamental sind und auch hier scheint es so zu sein dass es am ende nicht so tragisch ist wie man am anfang geglaubt hat also das nur mal kurz zur entspannung der ewf ist nicht an unicoin beteiligt david schwartz stichelte noch mal ein bisschen gegen die sec und das habe ich euch eben schon erzählt heute ist es soweit heute anhörung und gestern hat noch mal der kongressabgeordnete oder kongressmann dafür plädiert dass gary gensler gefeuert wird gary gensler muss sich heute vor einem untersuchungsausschuss verantworten es geht um ftx und seine krypto offensive ist der chef nun am ende am heutigen 18 april muss sich gensler ihren fragen im finanzausschuss des repräsentantenhauses stellen der druck ist hoch nicht nur fordern die abgeordneten antworten zum mittlerweile schon legendären untergang von ftx es geht auch um den allgemeinen vorstoß der behörde gegen den kryptosektor in den usa republikaner will gary gensler sogar feuern wenn es nach warren davidson ginge dürfte genslers offensive gegen die industrie allerdings bald ein ende haben der republikaner kündigte wenige tage vor beginn des ausschusses an ein gesetzesvorschlag einbringen zu wollen der die sec reformieren würde der vorschlag sieht vor die rolle des vorsitzenden gary gensler durch einen gewählten executive director zu ersetzen der vom vorstand der sec direkt berichtet damit würden die befugnisse des derzeit fünfköpfigen gremiums gestärkt und gensler seines amtes enthoben werden ja sind wir mal gespannt was heute bei dieser ganzen geschichte rauskommt kommen wir noch mal zu iota iota gab es auch nicht wirklich viele neuigkeiten es gibt nach wie vor kein datum zum koordi site aber es wird weiterhin fleißig entwickelt unter anderem im devnet also im entwicklernetz und zwar arbeiten sie bei ghost shimmer immer weiter an einigen technischen raffinessen ich würde lügen würde ich euch sagen ich würde das alles verstehen aber am ende geht es hier darum dass sie also sehr viele technischen probleme ausmerzen dass sie effektiv daran arbeiten und dass sie eben stück für stück immer weiter kommen dabei also es wird auf jeden fall gearbeitet im hintergrund nur die ganz großen neuigkeiten bleiben auch bei iota aus was da noch mal interessant dass ihr habt noch 25 tage zeit falls sie iota hodler seid ihr ladet euch das firefly wallet runter verbindet euren ledger damit und dann könnt ihr eure assembly token staken das heißt ihr versperrt dann eure miota und erhalte dann eben in diesem fall wenn ihr zum beispiel 1000 miota versperrt erhaltet ihr 777 assembly token und zu guter letzt sprechen wir noch mal über xdc ist nämlich stolz darauf die von trade tech organisierte digi asset konferenz zu sponsoren das ganze wurde jetzt bekannt gegeben am 24 25 mai findet es statt und wir werden jetzt nicht auf die teils von diesem meeting da eingehen aber wir merken dass sie sich enorm vernetzen auch zuletzt gab es ja eine sehr interessante zusammenkunft von xdc und vielen vielen partnern über 30 professionelle partner aus medien start-ups influencern entwickler und so weiter waren auf dieser veranstaltung auf diesem großen meetup es gab dazu einige videos in der telegram gruppe falls ihr bock habt xinfin updates heißt die gruppe könnt ihr euch gerne mal geben ja man merkt auf jeden fall xinfin arbeitet sehr stark an der vernetzung mit dem b2b sektor die sind jetzt nicht so groß daran interessiert spannende events für den kleinanleger zu machen sondern sind dabei sich mit ganz ganz vielen partnern zu vernetzen auszutauschen und das ist genau das was andere unternehmen wie zum beispiel essentia im hintergrund machen oder a3 generell das konsortium da gibt es ja regelmäßige austausche ohne dass wir da groß eingeladen werden oder was davon mitbekommen und das spricht eigentlich für das projekt und für sein use case denn am ende soll es ja vor allem für den businessbereich eine lösung sein und ich bin auf jeden fall sehr zuversichtlich auch die kursentwicklung der letzten tage oder der letzten wochen kann man ja schon mittlerweile sagen ist sehr gut seit märz haben wir im prinzip einen schönen aufwärtstrend der immer mal wieder so ein bisschen korrigiert aber alles in allem sind wir da gestartet von unter 4 cent jetzt mittlerweile doch deutlich drüber und ich kann mir gut vorstellen jetzt wo bitcoin so ein bisschen dominanz abgegeben hat in den letzten stunden dass es vielleicht genauso weitergehen könnte ich sehe gerade bitcoin hat sogar schon wieder ordentlich aufgeholt 30.400 dollar sehr sehr nice gestern war wir glaube ich kurzweilig mal auf 29.400 oder so also mega cool freut mich sehr und passt ja auch sehr gut zum aktuellen momentum wir haben ja über der stehen kurz vor dem neumond und dementsprechend ist es glaube ich für uns nicht überraschend dass die kurse jetzt gerade sehr gut laufen es wird definitiv mal spannend was am donnerstag oder nach donnerstag passiert ihr wisst es donnerstag die totale sonnenfinsternis ich bin sehr sehr gespannt was danach passiert ob der markt dann wieder ein bisschen korrigiert oder vielleicht richtig beflügelt wird die stop loss solltet ihr auf jeden fall setzen wenn ihr dabei hilfe braucht und nicht genau wisst wie das funktioniert dann kommt gerne auf mich zu wir können auch gerne im nächsten coin scouting darüber sprechen wie man sich am besten absichern kann jetzt vor einem eventuellen crash der vielleicht kommen könnte ich meine viele reden ja darüber ich persönlich bin da noch mit gemischten gefühlen aktuell solange der markt gut läuft nehme ich ihn so wer ist und mache mich da nicht wild oder verrückt aber ich werde euch da gerne noch mal nahe bringen wie man die stop loss richtig setzt und wie man sich im ideal war so ein bisschen absichern und vor allem wo man die setzt wir wollen auch nicht zu dicht jetzt setzen dass man am ende schnell ausgestoppt wird aber wo ist ein vernünftiger stop loss gesetzt können wir gerne mal im coin scouting darüber sprechen ja freunde das soll es heute gewesen sein vielen dank für eure aufmerksamkeit an alle youtube zuschauer die heute zuschauen würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr euch falls ihr regelmäßig sicher updates haben wollt oder auch weiteren bonus content sichern wollt wenn ihr auch patreons werdet mich unterstützt würde ich mich sehr freuen den link dazu findet ihr unten in der video beschreibung ansonsten noch mal großen dank an alle die mich bereits unterstützen wenn ihr noch irgendwelche fragen habt schreibt sie einfach unten rein ich wünsche euch jetzt einen wundervollen tag ihr lieben bleibt mir gesund gucken wir was gleich mit gary passiert und bis bald scho Bis zum nächsten Mal.